Servus, Mario aus Thailand, Pattaya. Heute sind wir im Zentral-Einkaufszentrum und zwar wir machen jetzt einen neuen Reisepass für die Nat. Es gibt da zwei verschiedene Varianten und zwar einmal einen auf fünf Jahre oder einmal einen auf zehn Jahre. Der um fünf Jahre kostet 1000 Patt und der um zehn Jahre kostet 1500 Patt. Wir beantragen den natürlich auf zehn Jahre, ist natürlich auch die bessere Variante. Schauen wir mal Leute, sitzen schon einige hier. Vorne ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Also das Passamt befindet sich im Zentral-Einkaufszentrum Leute und wir sind jetzt etwas früh dran, obwohl schon so viele Leute warten, die einen neuen Reisepass brauchen. Offiziell sperren es um 9 Uhr auf und wir sind aber jetzt schon, ich glaube jetzt ist es 8 Uhr hier und haben jetzt das Formular ausgefüllt und warten jetzt, wie es mit dem Reisepass weiter geht. Also wir haben auf zehn Jahre beantragt. Zehn Jahre gültigen Reisepass. Ja liebe Leute, hier sind wir in Zentral-Einkaufszentrum. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Ist natürlich jetzt noch alles geschlossen. Hier steht das mit dem Passport Leute. Das ist hier im Zentral-Einkaufszentrum im vierten Stock. Im vierten Stock ist das hier Leute. So, hier sind wir ein bisschen auf die Partei herunter. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir da schon reinkommen. Ja, nein. Da ist noch geschlossen. Da ist noch geschlossen. Da ist noch geschlossen. Wir sind zu früh. Das Einkaufszentrum sperrt ja normal erst um 11 Uhr auf. Sieht man hier 11 Uhr. Aber das Passamt, wie gesagt, 9 Uhr. Deswegen sind wir ja schon hier. Vierter Stock. Was ist das? Schauen wir mal. Schön ruhig noch hier. Sehr schön. Jetzt sind wir mal. Ja. 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 Vielen Dank. Schön ruhig jetzt noch mein Kaufzentrum, wunderbar. Außer bei der Passstelle, der Reisepassstelle. Ja. Na gut. Jetzt setzen wir sie mal nieder da auf so einem Massagesessel. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht, Herr Specht. So, da wird noch gearbeitet. Na ja. Schön, schön. Na ja. So. Jetzt sind wir noch mal runter aufs Partei. Oh, da. Da fliegen sie mit den Gleitschirmen. Sehr schön. Ich glaube, man kann es sehen, oder? Okay, liebe Leute. Also, Reisepass beantragen heute für die Nat. Und zwar möchte ich jetzt ein bisschen die Stunde, die Kunst der Stunde nützen und möchte gerne in Hari, den meinen Bavaria-Freund in Hari, FC Nürnberg-Fan, begrüßen und alles Gute wünschen. Er hat mir einen Kommentar geschrieben und wollte einmal persönlich hier begrüßt werden. Das mache ich natürlich ja mit, Hari. Du bist spitze. Nur weiter so, mein Freund. Mein Bavaria-Freund. FC Nürnberg-Fan. Alles Gute, Hari. So, liebe Leute. Jetzt schauen wir noch mal nach vorne zum Bass, wie viele Leute schon dort sind. Schauen wir mal. Fertig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid mega spitze. Tschüss, Servus. Mario aus Thailand, Bataia, beim Central Plaza Einkaufszentrum Reisebus beantragen. Tschüss, Servus.